Ho, ho, ho! Hier kommt der Weihnachtsmann. Okay, sind doch nur wir beide. Wir haben jetzt unsere eigenen, brandneuen Senti und Viti Adventskalender mit 24 Überraschungstürchen zum Öffnen. Hol ihn dir jetzt auf sentiundvitiadventskalender.de oder schau in der Videobeschreibung für eine tolle Weihnachtszeit. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kostenlose Autogrammkarte. Seid schnell! Yo, Senti! Hier sind ganz, ganz viele gruselige Shin-Sonics, aber auch ganz, ganz viele Charaktere und Moffs, die wir finden müssen. Und sie sind alle hier überall versteckt. Und schau mal hinter uns, hier ist schon ein grauer Sonic. Das ist ein Eis-Shin-Sonic. Oh, stimmt. Es gibt ganz viele Versionen von ihnen. Ganz genau, Freunde, denn ihr seht, wir können ihn einsammeln und wir haben Schall gefunden, also Sonic. Okay, das ist der normale Sonic-Mob. Let's go! Das ist der normale. Oh, guck mal, wie ultraschnell du jetzt bist. Ja, wir sind so schnell wie Sonic. Und oh, es gibt hier so viele. Ja, guck mal, ich hab gleich den nächsten hier, wo du warst, den Gruselkopf. Es gibt nämlich einfache, seltene und schwere. Und guck mal, oben, es gibt 138 einfach Sonic-Mob. Was? Yo, wie viel ist das denn, Mann? Okay, mal schauen, ob wir alle finden werden heute. Aber guck mal, ich hab den gruseligen jetzt. Du auch? Oh, ja, jetzt sind wir ein Grusel-Halloween-Schinn-Sonic. Eigentlich passend gerade, ne? Ja, das stimmt. Oh, guck mal, wir haben sogar Doppelsprung, haben wir. Ja, Doppelsprung. Was ist das hier? Den Mario-Sonic. Den haben wir auch gefunden. Okay. Sag mal so, wir müssen ja nicht jeden equippen, aber wir müssen die schweren finden, weil die leichten sind eigentlich alle, die blieben. Und dann ab leicht, beziehungsweise also selten und schwer, kommen so die gruseligen. Ja, stimmt. Es gibt selten und schwer sogar. Und hast du den Mario-Mob schon gefunden? Nee, ich hab den nicht gefunden. Ich hab dafür noch das orangene, also Tails, gefunden, ne? Und das sind, wie gesagt, alles noch die einfachen. Die müssen alle bei leicht sein. Okay, hier in der Ecke ist zum Beispiel auch was. Das ist der Kegel-Sonic oder sowas. Oh, warte mal. Wo ist eigentlich, äh, der Mario-Sonic? Ah, der ist schon bei selten mit drin. Was? Okay, das ist unser erster seltener Skin, den wir haben. Obwohl das eigentlich nicht so schwer war, den zu finden, ne? Nee, das stimmt. Und it's me, Sonic. Sonic Mario. Mama mia. Oh, guck mal hier unten. Schaffst du den Sprung? Was? Der Hacker-Sonic? Okay, denkst du, das ist ein seltener oder ein einfacher Mob? Schau mal, der sieht gar nicht mal so lustig aus. Der sieht schon ein bisschen gruseliger aus. Vielleicht ist das sogar ein schwerer Mob. Oh, ich hab den Joker-Sonic. Ich auch. Und oh mein Gott, das ist Sonic mit einer Joker-Maske. Das sieht echt gruselig aus. Okay. Guck mal, wo ich jetzt bin. Siehst du mich? Ich weiß gar nicht. Wo bist du? Warte mal. Ich bin hier unten. Oh, guck mal. Guck mal hier runter. Hier gibt es auch noch ganz viel Schnee-Sonic. Den Schnee-Sonic. Okay, den haben wir schon gerade gesehen. Dann haben wir hier noch einmal den. Was ist das hier? Den Ektik? Oh, das ist, glaube ich, den Gift-Sonic, weißt du? Und den roten, normalen Sonic. Ähm, jo. Erstmal ist der die... Specker-Sonic? Ah, das ist der Roblox-Specker-Sonic. Ja, okay, warte mal. Ey, wo ist der? Wow, okay. Ich hab mich in den Orangen jetzt verwandelt. Das ist so ein Goldener. Der sieht cool aus. Und ich hab den roten, normalen. Guck mal, wir sind Brüder. Wow, das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, komm. Aber lass uns doch mal weiter weg vom Spawn. Ich meine, ja, guck mal hier. Der Grusel-Schall-Sonic, den hab ich mal kurz. Sein pinken gibt es auch noch. Äh. Gruseliger. Warte mal, wo ist der? Schau dir mich mal an. Ich bin ein Skelett-Sonic. Was? Schau dir denn aus. Du bist ein Skelett-Sonic. Naja, so richtig gut geht's mir nicht mehr. Nee, das stimmt allerdings. Oh, guck mal. Links hast du gar eine Map. Da können wir uns sogar teleportieren, ne? Ja, stimmt. Warte mal, ich hab hier noch einen ohne Schall-Sonic. Nochmal einen Gruseligen hier in der Ecke. Ich sammle einfach alle ein. Alle, die hier sind. Weißt du was? Guck mal, komm. Wir machen so. Wir machen kurz einen Wettbewerb. Wer in den nächsten zwei Minuten mehr findet. Wie viel hast du? Okay, ich hab jetzt gerade 16. Okay, ich hab 13. Ich würde sagen, let's go. Komm, Freunde. Wir sammeln alles ein. Und am Ende können wir uns ja mal gegenseitig, können wir uns mal die Sonics zeigen. Weißt du? Oh ja. Oh mein Gott. Ich sammle hier schon richtig viel ein. Ist da oben noch einer? Okay, Freunde. Oh mein Gott. Ich weiß natürlich nicht, ob du den gleichen Weg sogar gegangen bist wie ich. Ich weiß nicht. Ich seh auf jeden Fall überall. Ich meine, es gibt kein Ort, wo keine Mops sind, oder? Bist du über eine Kette gelaufen? Äh, über eine Kette? Nee. Ich bin schon woanders als du, glaube ich. Okay, okay, okay. Ich bin woanders. Das ist gut, weil eigentlich wär's doof, wenn wir die gleichen Sonics haben, ne? Nee, ich hab auf jeden Fall andere. Hier sind ganz viele Hüte bei mir, die ich einsammle. Ja, bei mir gibt's auch so viele Sonics voll. Alter, ich hab jetzt schon 25. Ich wusste ja nicht mal, dass es so viele Sonics gibt, ey. Ja, das wusste ich auch nicht. Okay, wie viel hast du schon? Äh, soll man jetzt schon sagen oder am Ende? Nee, nee, nee. Okay, sag am Ende. Genau, wir machen noch. Wir machen noch eine Minute 30. Boah, ich bin so gespannt. Okay, okay, okay. Ich sammle einfach rein. Ich sammle ganz viele Sonics ein. Ich auch. Oh, Freunde. Warte mal, ich komm nicht mal hier hoch. Ey. Oh mein Gott, bei mir ist eine Brille. Ich hab Nerd-Sonics. Da bin ich auch mal gespannt am Ende, wie der aussieht. Ich hab Süßes oder Saures. Und den Darth Raider-Sonics? Oh. Warte, ich auch. Ich hab jetzt gerade Darth-Sonics eingesammelt. Also, nicht Darth Raider, ich hab diesen weißen, weißt du? Oh, okay. Weil ich hab genau dann gerade Darth Raider eingesammelt, als du gesagt hast. Oh mein Gott, ich hab sogar den von Doors. Alter, den will ich sehen, den Sonic. Okay, aber du darfst keine Zeit verschwenden. Nein, 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 nein. Ich bin noch richtig schnell dabei. Nein, hier war ich einfach schon. Was? Wirklich? Ja, ich hab mich verlaufen hier. Ich hab Minecraft-Sonic sogar. Oh mein Gott. Wir können uns nachher auch noch teleportieren. Ich hab den Iron Man-Sonic. Pass auf den Minecraft-Sonic. Ähm, ich glaube... Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht. Weißt du das hier beim Looping? Ich glaube, ich hab dich echt nicht mehr gesehen lange. Ich glaube, wir haben uns seitdem gar nicht mehr gesehen, ne? Okay, denkst du, einer von uns hat einen schweren Skin gefunden? Boah, ich glaube, ja. Wir können ja auch mal vergleichen dann so. Ich glaube, die ganz, ganz seltenen sind eigentlich nur die interessanten, oder? Ja, das denke ich auch. Okay, ich hab auf jeden Fall eine Menge bis jetzt. Ich bin gespannt, wie viel du gleich hast. Oh nein, ich bin komplett runtergefallen. Ich hab den Gitarren-Sonic. Was? Kann der Gitarre spielen? Junge. Raar, raar, raar. Raar. Okay, Sen, ich würde sagen, noch 30 Sekunden, ne? Okay, die letzten 30 Sekunden. Ich sag, warte mal, bist du das hier, der rote Leuchte vor mir? Weiß es nicht. Nein, nein, nein. Ich bin immer noch das Skelett. Ah, du bist immer noch dieses Skelett. Bist du überhaupt ein Skelett oder bist du ein Sonic-Skelett? Ich bin ein Sonic-Skelett. Oh! Ich hab einen von den Rainbow Friends. Oh, Blue, ne? Den hab ich auch schon. Blue, ja, ja. Blue von den Rainbow Friends. Hast du dich eigentlich schon auf eine andere Insel teleportiert? Ich hab mich ab und zu mal ein bisschen teleportiert, herumteleportiert. Okay, das hab ich noch nicht gemacht, weil ich auch, glaub ich, vielleicht erstmal nur eine, eine Insel abklappe. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. War alles kreuz und quer, dann finden wir am meisten. Ja, ich hab auch Minecraft übrigens gefunden, ne? Okay, nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, 10 Sekunden noch, Setti. Oh mein Gott, die letzten 10 Sekunden laufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich denke, das war's. Okay, 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 die Zeit ist um. Okay, treffen wir uns, wo treffen wir uns? Also, ich bin gerade beim Spawn. Okay, ich komme, der orange Knuckles kommt. Ich muss dich eigentlich sehen. Du bist das einzige Skelett. Okay, Setti, erstmal sagst du, wie viel oben hast du? Okay, ich hab 49, hab ich insgesamt. Was? Ich hab 61. Was? Wie viel hast du gefunden? Ich hab richtig viel gefunden. Okay, wir gehen mal an die leichte, zeig mal so ein paar leichte, coole, wo du sagst, ey yo, die hat der andere nicht. Okay, das ist der Ketchup Sonic. Der hat ein bisschen sich gekleckert, weißt du? Schau mal, ich bin ein Hasen Sonic. Also, ein Häschen bist du? Ja, ein Häschen. Okay, okay, wir machen weiter mit ein paar leichten. Ja, was haben wir noch so cooles? Warte mal, was ist das hier für ein Sonic? Business Sonic hab ich. Guck mal, ich glaube, den hast du auch. Den Minecraft Steve Sonic. Oh, der ist cool, so ein Steve. Ich hab da noch ein Glas, hab ich... Nee, Gras Sonic. Da wachsen Blumen auf meinem Kopf, hab ich. Ey, was? Hat jemand vielleicht meinen Weizen gesehen? Ich würde mir gerne ein Brot backen. Entschuldigen Sie, es heißt das Brot. Okay, stimmt. Ich muss ihn korrigieren. Ja, du bist der Lehrer Sonic. Ey, ich bin der Nerd Sonic. Aber ich würde mir irgendeinen coolen Skin noch haben. Ähm, haben wir noch den... Oh, Rock'n'Roll Sonic! Was? Das ist Rock'n'Roll Sonic? Wow, was ist das denn? Das ist der gruselige Sonic Scream. Okay, der macht mir ein bisschen tatsächlich Angst, ne? Okay, ich glaub, das waren aber alle coolen, äh, Maus, muss ich sagen, bei leicht. Ey, ich hab hier noch einen gefunden, den Hacker Sonic. Ähm, okay, wollen wir mit Selten weiter machen? Ja, aber bevor wir das machen, würde ich... Ah, guck mal, hier noch der Hacker Sonic, der leuchtet. Wow, der ist leicht? Ja, der ist leicht, ganz oben sogar, hier. Wow. Ey, der hatte ich noch gar nicht, glaub ich. Ich muss sagen, der sieht optisch dafür, dass er leicht ist, richtig gut aus. Naja, der sieht echt... Ich glaub, das ist sogar mein Lieblingstonic bis jetzt. Aber wir machen weiter mit Selten. Vielleicht finden wir da noch einen besseren. Ja, warte, warte, bevor wir mit Selten anfangen, lass uns mal wenigstens in eine andere Map teleportieren. Okay. Oder lass uns zumindest oben recht teleportieren. Alles klar. Oh, jetzt bin ich ganz oben. Ja, guck mal, hier kommen wir normalerweise nämlich nicht hin. Oh, mein Gott. Hier, ist noch einer, Maus, sammelt ihn ein. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Wir können ja mal kurz gucken. Da vorne ist noch was? Hm, ich glaub, hier war ich sogar schon. Ah, nee, der Freddy von 500 at Freddy's. Wie viele gibt es bitte? Boah, ich hab ja nicht mal die Hälfte, ne? Ich auch nicht. Ich hab 52 gerade mal. Okay, was hältst du... Warte mal, guck mal hier, guck mal hoch. Ist hier einer? Ey, das wär ein krasser Morph, ne? Wenn hier oben einer wär. Bestimmt, hier muss bestimmt ein schwerer sein, oder? Auf dem Baum vielleicht ganz oben. Yo, das... Ich glaub schon, aber ich glaub, da ist keiner. Ich glaub, da ist kein Morph. Nee, nee, ich glaub auch nicht. Ich glaub, das wär unmöglich hier. Oh, aber hier ist einer. Auf dem anderen Baum. Echt? Den Nico YouTube Sonic. Let's go. Ey, der Dink, es gibt noch einen Santiviti Sonic. Boah, ich hoffe, ne? Das wird so schön. Okay, aber lass uns mal hier oben mit selten anfangen. Ich fang oben an. Okay. Welchen coolen hab ich aus der ersten Reihe? Ich hab eigentlich den Ninja Sonic. Wow, guck mal, wie leuchtet er einfach sogar. Was? Du hast einfach so einen... Wow. Einen seltenen, leuchtenden Sonic. Ich hab so einen König Sonic, weißt du? Okay, der ist krass. Aber kommst du auch gegen meinen Killer Sonic an? Oh, den haben wir gerade unten gefunden, ne? Du hast sogar ein Messer in der Hand. Jo. Stimmt. Hey, oh. Ey, Junge, im Mörder mystery wäre ich wahrscheinlich der Beste. Und ich bin der Verglitschte. Guck mal, ich hab so eine Glitsch-Pu hinter mir. Wow, okay, warte mal, haben wir den auch? Wir haben hier noch den Hexen-Sonic. Ha, 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 ich bin eine Hexe. Oh, ich glaub, das ist das Monster, was du meinst von Doris, oder? Eww. Ja, eww. Wie sieht das denn aus? Warte, warte, warte. Und ich bin noch ein Clown. Nein, du bist ein Clown, Sonic. Ich muss sagen, der... Das sieht ekelhaft aus, oder? Ja, also der Clown-Shin-Sonic und der Doris-Shin-Sonic sieht echt creepy aus. Ja, das stimmt allerdings, muss ich sagen. Okay, ich glaub, das sind eigentlich alle coolen bei Zed. Ich hab doch, das ist der letzte, den ich habe. Warte mal, ich hab doch den Noob-Shin-Sonic. Komm her. Oh, ich hab sogar ein Schwert einfach so, mit leuchtem weißen Augen. Wir gucken auch gleich mal, was du noch bei schwer hast. Und dann werden wir noch eine Runde Highland-Seag spielen. Okay. Ähm, hast du Hunger? Chicken. Ey, yo, du hast ein Chicken einfach auf deinem Kopf. Ja, ein Chicken-Wing. Was haben wir noch? Flash-König, den hast du. Chicken-Wing. Chicken-Wing. Ich bin Skibbidi-Bab-Bab-TV-Man-TV-Sonic-TV. Was? Das ist ein Skibbidi-Toilet-Mob sogar. Ja, den haben wir auch. Dann haben wir noch den Camouflage-Sonic. Das ist echt viel, muss ich sagen. Kannst du mich noch erkennen? Äh, warte mal. Wo bist du? Ich hab wieder, wo bist du? Die Polizei einfach. Aber ansonsten... Alarm. ...hab ich noch den ohne Schall-Sonic hier auch so ein bisschen... Den hab ich auch, glaub ich. Ja, ansonsten hab ich... Oh! Der ist crazy. Zeig her. Jason! Oh, das ist Jason von diesen Horrorfilmen. Ja, 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 ja. Aber ansonsten, ja, Freunde, ihr seht, hier gibt's noch ganz, ganz viele. Aber lass uns doch mal bei schwer gucken. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemanden hab, ne? Okay, ich bin gespannt. Eigentlich müssen wir einer, oder? Ich hab einen schon mal. Das ist einer. Okay, ich hab oben, sehe ich, kein... Okay, ich hab... Doch, ich hab... Ich hab paar. Ich hab einen schon mal. Ich hab Freddy. Guck mal. Ja, den haben wir eingesammelt, beide. Der Freddy. Oh, warte mal, du hast so... Ich hab Backroom-Sonic. Backroom-Sonic. Ja, das ist auf jeden Fall ein schwerer, den. Ich hab hast du den auch? Ich hab Iron Man. Oh, den hab ich nicht, Iron Man, schade. Oh, Astronauten-Sonic? Ja, dafür hab ich einen Astronauten. Alter. Und hier, Darth Vader, den du meintest. Stimmt. Ich bin es, Darth Vader. Aber ich habe den Rainbow-Friends-Sonic. Oh, okay, warte. Ich will den auch jetzt haben. Boom, Rainbow-Friends-Gang. Hm, was haben wir noch? Ansonsten, boah, roter Hacker-Sonic. Ich hab Shadow, den originalen. Oh, guck mal, der hat so rote Spuren diesmal. Oh, das ist der rote Hacker. Ja, der rote Hacker. Wow. Nicht schlecht, muss es sein. Nico-Sonic haben wir beide gefunden, ne? Nico-Sonic. Junge, was ist das? Nico-Sonic, das war der auf der Palme. Ja, ja, den ja. Aber was ist das? Was ist das? Du hast keinen Kopf? Nico-Band. Oder ist das dein Kopf? Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier noch, guck mal, den Zauberer-Sonic. Ich kann nicht verhexen. Wow. Okay, wir haben echt viele schwerere Mauts gefunden, ne? Ja, wir haben hier ganz, ganz viele. Und den O0-Sonic. Ich gebe dir jetzt eine Minute Zeit. Und du musst sie verstecken als Sonic. Okay. Ah, ja, ich weiß, was du tunest. Oh, mein Gott, Freunde. Ich werde mit diesem Charakter hier mich dann einfach nachher verstecken. Das sieht so crazy aus, ne? Okay, ich brauche jetzt irgendein gutes Versteck hier, oder wie? Oh, der ist auch cool. Ich hab einfach so einen Himmel-Sonic, glaube ich. Ich bin der Soldat, Sonic. Soldaten sind immer bereit. Ja, was geht denn hier ab, ey? Okay, wenn du versteckt bist, dann werde ich anfangen, dich zu suchen. Und ich sehe die ganze Map vor mir, ne? Ich meine, du weißt ja auch nicht, welcher Sonic ich bin, oder? Ja, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Okay, welcher Sonic bist du? Ich bin gerade so ein Soldaten-Sonic. Vielleicht siehst du mich. Okay, ich weiß nicht. Bei mir ist auf jeden Fall ein lustiger Skil. Warte mal, ich sammle neben mir noch irgendwelche Items ein. Ähm, nee, warte mal. Hier, der rennt rum. Bist du versteckt oder rennst du rum? Nee, ich bin an einem Ort auf jeden Fall. Okay, an einem Ort. Ich bin nicht weg von dir. Kein Ans. Nee, 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 nicht runterfallen. Ey, danke, dass ich dich noch einsammeln konnte. Oh, nee, ich hab den gar nicht eingesammelt. Ich bin auf jeden Fall getarnt. Oh, du wirst bestimmt grün sein oder sowas. Ich hab mein Sonic-Skin an die Umgebung angepasst. Warte mal. Ich glaub, ich seh dich. Ich glaub, ich hab dich gesehen. Nein. Doch, doch. Hä, nee, das warst du nicht. Hä? Hier war grad ein weißer. Bist du das hier? Nee. Nein, nein, ich bin's nicht. Ich sag, wenn du bei mir bist. Okay, ich hab doch keinen... Okay, ich gebe dir einen Tipp, okay? Oh. Nein. Was, bist du wirklich? Ja. Ey, alles oben. Okay, jetzt bist du dran. Okay, warte. Du hast dich doch gar nicht richtig getarnt. Ja, ich weiß auch nicht, Vitamin. Ich weiß nicht, was du redest. Bist du es wirklich nicht? Nein, ich seh dich nicht. Oh, nein. Okay, ich gebe dir mal einen Tipp. Und zwar, ich bin braun getarnt. Ich bin ein Bronze-Sonic. Ein Bronze-Sonic. Es war mir schon klar, dass du das nicht warst. Ja, ja. Und ich bin nicht unten. Ich bin nicht unten. Unten? Du bist also... Nicht unten, nicht unten. Ja, ja. Du bist also weiter oben. Ja, ich bin auch nicht ganz oben. Ich bin mittig. Ich teleportiere mich mal hoch. Das Problem ist, von weiter ist alles so ein bisschen verschwommen. Weißt du? Das ist echt... Ja, das stimmt. Und ich bin halt auch gut getarnt, muss ich sagen hier. Du musst irgendwo in so einer mittleren Etage sein. Ja, vielleicht, eventuell. Okay, 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 Freunde. Warte mal. Ich mache mich mal ganz schwarz. Vielleicht siehst du mich dann besser rumspringen. Siehst du mich irgendwo? Hm, ich glaube nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt genau im Spawn zum Beispiel. Ich gehe ein bisschen höher im Spawn. Bleib mal stehen. Ja. Springen wir einmal hoch? Okay, nee, nee. Ich glaube, das warst du, glaube ich nicht. Was? Okay, ich bin jetzt auf dem Baum. Siehst du mich? Ja, hier gibt es viele Bäume. Ich springe jetzt einfach hier. Ich habe dich. Wo bist du? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Jetzt bin ich vor dir. Da bist du. Was geht? Ich war die ganze Zeit hier. Ey, das kann doch nicht sein. Wir sind auch Nummer drei Morphs. Ich war so um die Ecke hier, so beim Brauen getarnt. Ich zeige dir. Ich zeige dir jetzt als letzte Runde noch, als was ich mich verkleide, ja? Hey, ich will auch einen neuen Morph haben. Okay, ich gehe. Gehe als... Oh, du warst nicht der O-Sonic. Rote Hagiwagi. Okay, Roger, Roger. Ich weiß Bescheid. Okay, pass auf. Gib mir jetzt zehn Minuten. Zehn Minuten? Nein, natürlich nicht, Mann. Gib mir einfach nur drei Minuten. Ich werde mich ganz, ganz schnell verstecken, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe den coolsten Sonic-Skin. Also mich wirst du auf jeden Fall direkt sehen. Ja, der ist ein bisschen auffällig. Okay, Freunde. Junge, wo bin ich denn schon wieder? Oh, okay, Freunde. Wir können ja mal hier chillen. Und ja, ich bin versteckt. Oh yeah. Okay, ich komme und suche dich auf jeden Fall. Das ist der Weiße. Was? Du hast mich direkt gesehen, ja? Ja, weil ich ungefähr wusste. Da, Freunde, da ist der. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn da rumspringen. Bist du das hier direkt? Ähm, nee. Ich bin rot. Denk dran. Ich habe dir das gesagt. Ich bin der rote Hagiwagi. Oh, hier ist Iron Man oben. Den schnappe ich mir direkt. Der rote Hagi. Was, was du wirklich findest? Äh, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Das ist der Weiße. Oh, und dann, äh. Siehst du mich immer noch? Ich sehe dich die ganze Zeit. Du bist jetzt. Siehst du mich jetzt? Nee, jetzt tatsächlich nicht mehr. Das bedeutet, du musst ja irgendwo hier. Da, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, okay. Du musst ja irgendwo hier dann sein. Oh, du läufst da so einen Jump and Run hoch? Ja. Und du siehst mich immer noch? Nee, jetzt. Ja, doch. Ein bisschen ja. Du bist sehr nah am Spawn. Hm, okay. Interessant, interessant. Ähm. War ich in der Nähe oder wie? Nee, nee. Ich muss mich kurz teleportieren. Ich bin runtergefallen. Also, ich bin weiter oben. Okay, okay. Du bist weiter oben. Das bedeutet, ich gehe auch am besten irgendwo nach oben. Nee? Ja, ja. Oh, und sogar so eine Kette. Hier war ich noch. Oh. Nein, ich bin runtergefallen. Ja, da bin ich auch runtergefallen. Also, nicht an der Kette, aber ich bin da auch runtergefallen. Hm, vielleicht bist du aber auch da oben. Ja, das könnte durchaus sein. Äh, halt's auf. Junge, ich sehe dich da unten rumjumpen. Was machst du da unten? Ich kriege den Sprung nicht hin. Oh. Ich gebe mein Bestes. Okay, ich gehe mal hier entlang. Okay. Ey, das ist riesengroß. Ja, das stimmt. Ich bin ehrlich, aber jetzt gerade weiß ich gar nicht, wo du bist. Ich bin ein weißer Sonic. Ja, aber ich... In einer grünen Welt. Ich kann gerade nicht so gut sehen. Okay, den Sprung habe ich geschafft. Okay, ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Ich bin relativ weit oben sogar jetzt. Du bist relativ weit oben. Ich bin, glaube ich, ich bin, ja, ich bin sehr hoch. Ich bin eigentlich sehr auffällig sogar. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Warte mal, bist du unten? Na, nee. Bist du das hier unten? Ich bin oben. Okay, nein. Der hatte auch so einen roten Skin. Da drüben. Ah, du bist auf der anderen Seite. Ich glaube, jetzt sehe ich dich gerade. Du bist ganz anders. Gucke ich dir deine Richtung gerade? Das sehe ich nicht, weil das verschwommen ist. Nee, warte mal, dreh dich mal. Dreh mich jetzt um. Nee, falsche Richtung. Ja, hier rum. Nee, andere Richtung. So. Ein Stück nach... Ich sehe nicht, wohin du guckst. Ja, ich glaube, jetzt guckst du fast zu mir. Ah, da, wo ich runtergefallen bin? Ja. Ey, also da bin ich runtergefallen. Ja, da bist du nicht weitergekommen. Okay, okay. Ich weiß, du hast es nicht rüber geschafft. Let's go. Oh. Oh. Okay, jetzt bin ich drüben. Jetzt bin ich drüben, mein Freund. Okay, auf dieser Insel bin ich irgendwo. Ich sehe dich. Nein. Nein. Oh mein Gott, was? Würde ich auf der Insel stehen? Oh mein Gott, ich habe es einfach nicht geschafft, hier rüber zu springen. Ja, vor allem nicht, ich konnte mich ja nicht in roten Farben verstecken und so. Deswegen dachte ich mir, naja, auffällig ist auch getan. Naja, stimmt. Aber, Freunde, ich denke mal, das soll es doch trotzdem für heute gewesen sein. Wir haben 78 von 138 gefunden. Das heißt, uns fehlen noch knapp 60 Stück. Aber die werden wir demnächst finden. Wenn ihr wollt, dass wir einen zweiten Teil machen, wisst ihr, was zu tun ist, liken und abonnieren. Um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.